Wir haben etwa 80 Kostüme für die Show Barakai. 50 Artisten treten darin auf, sie alle müssen sich während der Show mehrmals umziehen. Die Kostüme sind sehr bunt, so entstehen verschiedene Bilder und Formen, die Zuschauer sehen viele Kreaturen und interessante visuelle Effekte. Der Zirkus ist eine Welt für sich, man sieht sehr viele unglaubliche Sachen auf der Bühne, wir arbeiten mit so vielen tollen Leuten aus der ganzen Welt zusammen und ich tue mein Bestes, um die Artisten so gut es geht zu unterstützen. Der Job macht mir sehr viel Spaß. Dieses Kostüm trägt ein junger Artist. Diese Schläuche machen es zu etwas Besonderem. Wenn der Artist sich bewegt, wackeln sie in allen Richtungen mit. Es gibt auch ein Kostüm, da sind die Schläuche nur auf einer Seite. Der Artist sieht dann aus wie das dunkelste Seemonster, das je entdeckt wurde. Es gibt hier so viele Herausforderungen. Jede Woche musst du neue Aufgaben bewältigen, die Kostüme müssen jeden Tag gewaschen werden, aber die Waschmaschinen, die wir immer mit uns nehmen, stehen jede Woche woanders. Jede Woche wohnst du in einem anderen Hotel und musst dich auf die neue Situation einstellen. Immer wieder neue Ideen zu haben und da den Kopf anzustrengen, das finde ich sehr interessant.